Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von Schreien am Klavier. Ich freue mich sehr über alle, die mir zuhören. Das Zitat der heutigen Folge ist gleich ein besonders schönes, ein besonders tiefschürfendes. Es wird Casper zugeschrieben und es lautet, da muss ich tief Luft holen, vielleicht sind Herzen doch nur da, um Blut zu pumpen. Also das ist wirklich mal ein Zitat, das man sacken lassen kann und ich habe mich darüber unterhalten mit meinem Freund Daniele.